Ich bin nicht dich. Wir wollten gehen und du hattest darum gebeten, noch etwas zu warten. Sie verwechseln mich. Waren wir nicht beim Du? Ich sag ja, sie verwechseln mich. Wo warst du? Ich? Ich hab was gesucht. Zu lange. Was denn? Mein Portemonnaie. Hier war's. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Da steht auf einmal ein Mann neben mir. Da, wo sie jetzt stehen. Und? Ich will nicht darüber reden. Das führt doch zu nichts. Ich lass mich nicht unter Druck setzen. Nein. Du. Sag mal. Er gibt nicht auf. Das ist wahr. Und? Sag, was du denkst. Ich höre dir zu. Das führt doch zu nichts. Er will dich verfolgen. Und er will dich finden. Das ist eine alte Aufnahme von uns. Mein Absatz war abgebrochen. Und da stand er neben mir. Ob er helfen könnte. Ob wir uns nicht kennen würden. Er kam mir bekannt vor. Und dann war ich mir wieder sicher, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Was ist er mitbekommen gerade? Mit meiner Frau, Freundin. Ja, hör mal. Nimm jetzt diese Fiasse. Ich steck sie irgendwo in den Stapel rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Soll ich mischen? Schau mal. Der Mann und die Frau auf dem Plakat. Die beiden könnten auch du und ich sein. Du engst mich ein. Du machst immer zu. Ich sag ja, du engst mich ein. Kaum stehe ich nicht neben dir, fragst du mich aus, wo ich gewesen bin. Also ich hatte gerade das Gefühl, sie zu kennen, weil... Naja, also weil sie ein bisschen wie meine... Ich hab den Pau mal nie gefunden. Tatsächlich. Noch was? Ja? Du weißt ganz genau, was war. Wenn es war, dann ist es ja wohl vorbei. Oh, baby, I've told every little star just how sweet I think you are. Why, why haven't I told you... Du weißt an, ich schau mal. Du weißt ja nicht viel überhaupt, ich habe. Vier. Und wie wiridi dich wiederargehen? Ich habe mir noch optimal wo geh spätsel." Wir gehen.